Anna Gawalda, dieser Mann und diese Frau. Dieser Mann und diese Frau sitzen in einem ausländischen Wagen. Der Wagen hat 320.000 Franc gekostet, doch seltsamerweise war es vor allem der Preis der Kraftfahrzeugsteuer, der den Mann beim Händler hatte zögern lassen. Die rechte Düse der Scheibenwaschanlage funktioniert nicht richtig. Das macht ihn fast wahnsinnig. Am Montag wird er seine Sekretärin bitten, bei Salomon anzurufen. Ein Moment lang denkt er an die Brüste der Sekretärin, ganz kleine. Er hat noch nie mit seinen Sekretärin geschlafen. Das ist primitiv und man kann heutzutage viel Geld dabei verlieren. Im Übrigen betrügt er seine Frau nicht mehr, seit er und Antoine sich einmal den Spaß gemacht haben, beim Golfspielen ihre jeweiligen Unterhaltszahlungen auszurechnen. Sie sind auf dem Weg zu ihrem Wochenendhaus auf dem Land. Ein wunderschönes Anwesen. Fantastisch geschnitten. Sie haben es zu einem Spottpreis erstanden. Die Renovierungsarbeiten allerdings. Holztäfelung in allen Zimmern. Ein Kamin, der erst auseinandergenommen und dann Stück für Stück wieder zusammengesetzt wurde, in den sie sich bei einem englischen Antiquitätenhändler auf Anhieb verliebt hatten. An den Fenstern schwere Stoffe mit Raffhaltern befestigt. Eine hochmoderne Küche, Handtücher aus Damast und Arbeitsflächen aus grauem Marmor. So viele Bäder wie Schlafzimmer, wenig Möbel, aber alle echt. An den Wänden zu große Rahmen mit zu viel Gold für die Kunstdrucker aus dem 19. Jahrhundert, vorwiegend mit Jagdmotiven. Alles wirkt ein wenig neureich. Zum Glück merken sie es nicht. Der Mann trägt Freizeitkleidung, eine alte Tweedhose und einen himmelblauen Kaschmir-Pulli. Ein Geschenk seiner Frau zu seinem 50. Seine Schuhe sind von John Lopp. Für nichts auf der Welt würde er seinen Lieferanten wechseln. Natürlich sind seine Strümpfe aus edelster Wolle und gehen bis über die Waden. Natürlich. Er fährt relativ schnell. Er ist nachdenklich. Sobald sie da sind, wird er das Hausmeister-Ehepaar aufsuchen, um mit ihnen über das Anwesen, den Hausputz, das Auslichtern der Buchen und die Wilderei zu reden. Wie er das hasst. Er hasst es, wenn man ihn verarscht. Und genau das ist bei den beiden der Fall, die sich am Freitagmorgen lustlos an die Arbeit machen, weil die Hausherren am Abend eintreffen und sie den Eindruck vermitteln wollen, etwas getan zu haben. Er sollte sie vor die Tür setzen, aber im Augenblick hat er dafür nicht die Zeit. Er ist müde. Seine Geschäftspartner kotzen ihn an. Er schläft fast nicht mehr mit seiner Frau. Seine Windschutzscheibe ist voller Mücken und sein rechter Vergaser funktioniert nicht richtig. Die Frau heißt Mathilde. Sie ist hübsch, aber in ihrem Gesicht stehen die ganzen Entbehrungen ihres Lebens geschrieben. Sie hat immer gewusst, wann ihr Mann sie betrogen hat und sie weiß auch, dass es am Geld liegt, wenn er es jetzt nicht mehr tut. Sie sitzt auf dem Beifahrersitz und sie wird immer ganz schwermütig auf den unendlichen, langen Hin- und Rückfahrten am Wochenende. Sie überlegt, dass sie nie geliebt worden ist. Sie überlegt, dass sie keine Kinder bekommen hat. Sie denkt an den kleinen Jungen der Hausmeisterin, der Kevin heißt und im Januar 3 wird Kevin. Was für ein schrecklicher Vorname. Wenn sie einen Sohn gehabt hätte, hätte sie ihn Pierre genannt, nach ihrem Vater. Sie erinnert sich noch an diesen grässlichen Streit, als sie von Adoption gesprochen hatte, aber sie denkt auch an das hübsche grüne Kostüm, das sie kürzlich im Schaufenster gesehen hat. Sie hören FIP. FIP ist nicht schlecht. Klassische Musik, die man dankbar schätzt. Musik aus aller Welt, die einem das Gefühl gibt, offen zu sein. Und kurze Nachrichtenspots, die dem Elend kaum Zeit lassen, ins Wageninnere zu drängen. Sie haben gerade die Mautstelle passiert. Sie haben noch kein einziges Wort gewechselt. Und sie haben noch eine weite Strecke vor sich.